Ja Freunde, der Europa-Wahlkampf nähert sich dem Ende und es ist das letzte Video vor der Europawahl, denn ich werde heute Abend den letzten Wahlkampftag haben, denn ich werde morgen, auch wenn es der letzte Tag ist, etwas tun, was ich seit zwölf Monaten eigentlich was gar nicht mehr tun konnte. Ich werde mal wieder ein Fußballspiel anschauen, das Pokalfinale von Allemannia Aachen. Ich bin dort leidenschaftlicher Anhänger und die letzten zwölf Monate habe ich mich Volt gewidmet und das war es wert. Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal bei allen bedanken, die uns unterstützen, die uns unterstützt haben und die uns kritisch begleiten, denn so etwas, was wir gerade hier machen, das ist was ziemlich mit Herzblut verbunden ist und wir brauchen auch eure kritischen Stimmen. Die letzten Tage haben gezeigt, dass so eine Aktion, den Valomat zu verklagen, die Bundeszentrale für politische Bildung zu verklagen, eine Gratwanderung ist, die wir auch nicht getan haben, um dadurch eine bessere PR zu bekommen, denn das hätte auch ganz gut nach hinten losgehen können und wir sind froh, dass er wieder online ist und vor allen Dingen sind wir froh, dass wir gerade so einen enormen Zulauf haben und so eine positive Rückmeldung. Uns ist bewusst, dass auch der eine oder andere enttäuscht von dieser Entscheidung war, aber wenn man mit Mut und mit der Forderung nach Chancengleichheit einsteht, dann ist das die richtige Entscheidung gewesen und wir wollen ja auch nicht nur cool sein und mit Fahnen winken, sondern wir wollen auch eine progressive Politik machen und dazu gehört, die rechtsstaatlichen Mittel auszuschöpfen. Ihr habt nun die Chance, uns am Sonntag zu wählen und wir haben eine Riesenchance, denn die Sonstigen stehen bei zwischen 10 und 12 Prozent für Sonntag und wir wissen, dass noch sehr viele von euch unentschlossen sind. Am Sonntag wird Europa gewählt und das ist eine Zukunftswahl und wir haben Bock darauf, die EU zu verbessern und zwar für jeden von euch. Bürgerinnen und Bürger sollen mehr von der EU haben und sie muss sich dafür radikal verändern. Wir brauchen dafür jeden von euch und ihr könnt uns eure Stimme geben. Am Sonntag, am 26. Mai zur Wahlurne gehen und ganz unten auf Listenplatz 40 Volt wählen. Ihr wählt damit eine gesamteuropäische Partei und zwar die einzige wirklich echt gesamteuropäische auf dem Wahlprogramm, die sich so gegründet hat, dass zuerst das europäische Programm entstanden ist und dann das nationale. Jetzt bist du dran, jetzt seid ihr dran, dass dort ein eigener Balken am Ende des Tages auftaucht. Das wird die Populisten und Nationalisten am allermeisten ärgern und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video noch mal richtig teilt, wenn ihr noch mal allen sagt, geht zur Wahl und bevor sie jetzt aus Unzufriedenheit nichts ankreuzen, kreuz doch mal Volt an. Gebt uns die Chance, uns einzubringen und zu zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ihr werdet uns so kritisch begleiten, hoffe ich. Ihr werdet uns weiter unterstützen, denn am Sonntag ist erst der Anfang. Am Sonntag werden wir erst richtig anfangen, europäische Politik zu machen und jeder kann mitmachen. Kommt zu unseren Treffen, lernt uns kennen. Wir werden auch sehr viel offline mit euch darüber diskutieren, unser Programm weiter erarbeiten und an dieser Stelle erstmal danke für die letzten zwölf Monate. Das hat mega Bock gemacht. Es war einfach fantastisch mit euch an einem Projekt zu arbeiten, wo wir mittlerweile in Europa über 30.000 sind, die Tausender Marke in Deutschland geknackt haben und mittlerweile einen Zulauf pro Tag haben, der sämtliche Grenzen sprengt und wo wir stolz sein können, dass keine andere Partei, glaube ich, so einen enormen Zulauf hat. Und wir können etwas bewegen. Wir können mit anderen Parteien sicherlich, aber vor allem durch unsere eigenen Ideen Europa nach vorne bringen und das haben wir vor. Wir haben richtig Bock darauf. Wer das alles über Social Media mitbekommen hat, der weiß, wir machen das mit Spaß, wir machen das mit Herzblut und nicht nur einfach so. Und ihr alle könnt, wie gesagt, noch daran mitarbeiten. Dazu möchte ich euch explizit hier und jetzt nochmal einladen. Unser Programm lebt noch. Wir werden an ganz vielen Stellen auch noch nachbessern, es diskutieren und ihr könnt Teil des Ganzen sein. Volt Europa ist demokratisch, ist offen und für jeden. Und deswegen kommt dazu, wählt nicht nur Volt, sondern macht mit. Denn wir wollen ein besseres Europa, wir wollen ein transparenteres Europa und vor allem wollen wir ein cooleres Europa. Also gebt euch einen Ruck, wenn ihr noch unentschlossen seid. Mit Volt wählt ihr wirklich Demokratie pur, Europa pur und vor allen Dingen könnt ihr die Nationalisten wirklich am allermeisten ärgern. Und das ist jetzt eure Chance. Teilt das Video bitte, ruft nochmal alle eure Freunde auf, zur Wahl zu gehen. Nutzt Social Media, WhatsApp, Facebook und Co. Ladet zur Europawahl ein. Sie ist eine Zukunftswahl. Schicksalswahl sagen die anderen, weil sie keine Ideen haben. Wir haben eine Idee, wir haben eine Zukunft und du bist Teil davon. VotVolt